heute gehen wir auf die jagd und hier habe ich die möglichkeiten so viel zu schießen wann und wie viel ich will und deswegen mache ich jetzt schnell noch mal ein paar kontrollschüsse und ja schießt noch mal eine gruppe wird immer wieder gefragt welches app wir nutzen es ist strelok ja gibt es im app store und das ist wirklich ein geniales app mit dem man alles ballistisch berechnen kann und wir haben auch alle unsere waffen hier gespeichert so 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 Die fliegen ja nicht gut zusammen, dann machen wir noch eins. Okay, das ist die Gruppe. Die schießt normalerweise besser, ich weiß das. Nur das ist okay, denn ich habe hier wieder böigen Wind und ich habe extreme Mirage. Das heißt, ich konnte selbst auf 100 Metern das Ziel nicht wirklich gut scharf sehen. Das heißt, ich konnte selbst auf 100 Metern das Ziel nicht wirklich gut scharf sehen. Das heißt, ich konnte selbst auf 100 Metern das Ziel nicht wirklich gut scharf sehen. Untertitelung am 20.04.2021